Das schweif ich mir jetzt einfach nicht alles, ja übertrieben. Scheiße, Scheißpflanz wird ja gleich auch noch da sein. Mach mal auf, ne? Mach mal auf die Tür hier. Ach ja, da war der Fehler im Bild. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, so schwierig ist es jetzt gar nicht, wenn man irgendwie so ein bisschen Knifte hat und so weiter. Ja, ein bisschen Knifte, ein bisschen Skill. Stopp euch. Aber ich finde, man kriegt es vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Okay. Erfahrungspunkte, oder? Ja. Da kommen wir so vor. Ich weiß ja nicht, wie lange jetzt diese Herausforderung und sowas dauert. Aber, ähm, allein jetzt an dem, an dem Skilltree sieht es ja aus, dass wenn man sich da, weiß ich nicht, stundenlang mit beschäftigen kann, mit einer Herausforderung, bis man wirklich alle, alle Skills dann auch hier hat. Ich kann übrigens wieder einen Punkt verteilen. Ich nicht. Ich kann es noch ein paar Meter weiterkommen, da kann ich sehen, was ich hier liegen habe. Ja. Genau, das habe ich gesucht. Ähm. Schmeiß ich den jetzt mal weg. Ich schmeiß jetzt einfach nur so einen Scheiß-Kanistern weg. Kanister wegschmeißen? Ich habe davon drei Stück. Ja, mach. Ja, außerdem kann ich den jetzt wieder aufnehmen, weil jetzt habe ich ja den Bogen. Gekonnt, gekonnt, sage ich dann. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Da habe ich schon. Diese Karberwurzel. Die Karberwurzel muss ich gleich noch ein bisschen rösten. Und da muss ich mir jetzt auch reinpfeifen, hier. Hallo. Sieben was. Deine Granate. Gesundheit. Gesundheit. Essen, essen. Ach klar, essen, essen. Ach guck mal, ich habe, ganz nördlich ist übrigens das Flugzeug. So, mir geht's gut. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zum Schlafplatz, schlafen daheim und gehen dann nach rechts hoch zum Flugzeug. Vielleicht kriegen wir dann ja sogar hier die Aufnahme, beziehungsweise die Karte geschafft. Ja, das könnten wir machen. Also ich meine, wir sind jetzt eine knappe Stunde überhaupt dabei. Also ich habe noch eine Heilpflanze, willst du die mitnehmen? Ja. Ja, ich nehme mal mit. Kannst du die Fanta-Kosten-Cola, nehme mal mit. Kann man mischen. Und da vorne ist noch eine blaue Pflanze, wenn du die auch mitnehmen willst oder so. Nee, nee. Leere Flasche? Die ist heiß voll. Soll ich nehmen? Wenn du kannst. Außer die sind die blaue Pflanze, musst du die Karten. Ja, eigentlich nicht. Nicht die Flasche, die Pflanze sollst du nehmen. Ach so. Ich dachte, die Flasche. Nein. Gucken, kann ich die Flasche irgendwie kombinieren? Ja, aber auch so im Wasser zuglauben, Flaschen kombinieren zu können. Los, Gollum, verpiss dich. Da ist noch einer. Das hat nicht. Wir gehen links her. Glauben mir, wir gehen links her. Gucken wir direkt da hoch. Die Sonne blaue Pflanze, ich glaube, ich kann sie mitnehmen. Jawohl. Gucken wir noch? Jawohl, die Truppführer. Der Truppführer. Also es gibt Spiele, da ist Munition sowas von Mangelware, ne? Und hier? Ja, hier ist es definitiv nicht der Fall. Gut, wir könnten im nächsten Anlauf ja dann mal auf... Hier ist irgendwie, ich kann den nicht aufnehmen. Iron Man, genau. Oh je. Können wir mal machen, ja... Ja, da hat er, da hat er mal überhaupt aus... Mein Schatz. das das war auch durch und die warum immer noch was zu wenn ich die ich habe gerade meine flasche mit ein bisschen gatorade vollgemacht wenn ich bin ich müde oh mann bin ich wirklich bin auch nicht müde fast nicht ja los dann knifft man draußen noch so ein paar leute nieder und dann wird es nicht müde sein die gute nacht sind mir immer so viele die wissen wo die party geht deswegen kommen die zu uns wie er nicht stirbt der war nice der war nice aus der drehung ja den würde ich auch mitzählen zu den äh zombie-killer ausgerufen er sah echt gut aus vielleicht kommt rudolf wieder nein 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 ups hey machte eine täschellampe an hier und guck wo ihn schießt früher schon bei der bundeswehr immer vorm schuss die augen zugemacht weil ich sie ganz schießt habe so wie man es einem beigebracht hat ne hier liegt noch eine blaue pflanze ne ne das liegt aber nur daran dass du nicht noch her warst ja natürlich bei der lust war hier hast du die blaue pflanze mitgenommen hast du sehr gut gemacht das sei denn wo müssen wir überhaupt lang ja wenn wir uns da runter gehen kommen wir zum nächsten wasser resort ist ja auch so gut aus irgendwo dann hier gewesen alter was ich mir für eine riese hand ist das achso das ist doch hier der 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 mongo hier da der fleischkulos es dämmert schon und wir fahren ohne licht komm her otto hast du mir jetzt mal mit dem mittelscheitel gezogen ja jetzt mal die Zeit gegen die Schicks aus die 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 Tile ist voll, mann! Au! Gib ihm! Gesundheit, Martin! Ja! Was brauchen wir nicht? Ich habe Erschöpfung und Hunger! Wollen wir jetzt einmal schlafen gehen? Ne, ich wollte nur gucken, ob ich irgendwas aus dem Inventar entfernen kann. Was haben wir hier noch? Ja, hier ist die Goraner-Pflanze, die kann ich halt nicht mitnehmen. Oh, jetzt bin ich... Jetzt ist immer müde. Aber wir können jetzt wieder die Pflanzen nehmen, ne? Warte mal, hier ein Pyraman erhöht. Den Schaden der Gegner durch Treffer mit Brandgeräten hinzugefügt wird. Ich habe auch keine Brandgeräte. Bessere Chance, mit einer Schusswaffe einen kritischen Treffer zu landen. Oder bessere Chance, ohne genau zu zielen, einen Kopfschuss zu landen. Ja, das nehme ich. Was willst du? Pennen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, keine von diesen komischen Wurzeln. Also, ich habe hier einmal diese komische Pflanze, diese blaue Pflanze, ja? Da kann man nichts mitmachen. Welche Wurzeln meinst du? Diese Pflanze, außergewöhnliche blaue Pflanze, die kann ich mit nichts. Ne, ich meine jetzt, welche Wurzel du nicht hattest. Ah, nee, doch da, die Casava-Wurzel. Casava-Wurzel? Die bringt doch gar nix für Hunger. Ja, stimmt, hast du recht. Ne, diese Buraner Wurzeln mein ich eigentlich. Da habe ich drei Stück von. Aber ist egal, wir könnten eigentlich auch... Ja, sollen wir schlafen gehen, oder? Ja, wirklich. Wir gehen einmal zurück und dann machen wir noch mal uns auf die große Reise. Ja. Zum... ...Schicksalswerk. Ich bin nicht hier richtig. Ja, vielleicht werden auf dem Weg noch, äh... Frodo und die Gefährten treffen. Da sind mal die sieben Zwerge im Wald, oder so. Meins Bilbo. Hups, nix zu weit. Ich bin im Badezimmer. Okay, ich lege mich schon mal hin. Was steht da? Nadi vo a salvate. Ja, aber nix für mich. Das wäre eine Aufgabe für die Zuschauer, das vielleicht mal herauszufinden, was das bedeutet. Hier, das ist jetzt so eine Mischung aus Spanisch, Französisch, Latein... Ja, Französisch, nicht Latein. Irgendwas, keine Ahnung. So, ich mach mal das Moped voll. Und dann riden wir in den Sonnenaufgaben, oder was? Ne, dann gehen wir noch mal zum... Wir haben auch Feuer. Wir kochen. So. Ja, nicht, dass wir hier auf einmal Tim Melzer oder so auf dem Weg treffen, und ich hab nix... nix vernünftiges Sales Metal. Oder Jamie Oliver irgendwo da am Weg dran sitzt. Oder hier den Chemielehrer vom Breaking Bad. Ja, also da kann man sich dann drüber streiten, ob mal so ein 5.1 oder ein 7.1 Headset so ne tolle Erfindung ist, wenn's dann überall knurrt, ne? Es knarrrt im Gehölz. Es knarrrt im Gehölz. Außergewöhnliche weiße Flachzeug kann nicht mitgenommen werden, weil dein Inventar voll ist. Lapper. Ja, ich... Ja, ich... Doch, ich konnte mitnehmen. Mit Lagerlogistik hast du so. Ich merke schon. Ne, boah, ja auch nicht. Und so hab ich dich. So, ja. Rostiger Machete. Haben wir verlaufen, Meister. Weiß nicht, ich wollte ja mal auf eine Karte gucken. Ja, haben wir uns. Ne, die wohnte noch mal gucken. so einfach mit ums eck gucken ach so hier müssen wir ja und dann nochmal nach dann richtig deckung scheiß unkraut hier keine gartenpflege nix gar nix jetzt mache ich mal alles weg über den fluchtweg nach hinten frei haben ja du machst das schon ich glaube an dich ja siehst du jetzt das geschrei muss doch nur noch mal nachladen ja ich war auf warte warte lasst mich das machen ja los komm fertig auf du lässt mich ja nicht lass mich die mit dem bogen machen was ist das ach so das könnte ich natürlich auch mal machen die pfeile fliegen scheiße warum hat er denn den bogen jetzt nicht ausgerüstet ja ich habe welche mit erhöhter präzision also frischfleisch nehmen frischfleisch passen inventarplatz natürlich nicht ja pass auf ich schmeiß irgendwas weg dann fallen lassen federn also das fleisch das genommen oder was das fleisch habe ich genommen genau das ist da oben ich tippe mal das kann man dann ich verbrauche nur so ein paar munition gesundheit voll ach dieser moves sind echt hammer lass mal hier runter was ist denn hier unten das ist ein feuer, lass mal nach dem feuer gehen hier da haben wir ein kleines nachtlager naja nicht ganz bennen kannst du glaube ich hier nicht, oder? hmmm wollen wir nicht nein, ganz richtig kann man mit dem fleisch jetzt gemacht, gar nix ach so mit dreieck übrigens kannst du deine ganzen waffen durchseppen die du so hast ja ok ist ja auch lame ne ich glaube, ne warte mal ne mit dreieck selbst nur die fernkampfwaffen durch, also die interessanteren ah, warte mal jetzt jetzt habe ich nochmal einen geileren Bogen was hast du gemacht? äh, Carbon-Code-Flügel kombiniert mit, äh, Kabel Krams irgendwie was hier noch in der Bude ist, hier ist noch ein Medikit, brauchst du noch was? ah, du kannst wahrscheinlich nix aufnehmen, ne? doch, ich habe leer gemacht ja, Adrian kann aufnehmen ist aufnahmefähig mein Level wieder? und ich hatte ja erst nur ich hatte ja erst warte mal, hier ist das fleisch warte mal, jetzt habe ich das fleisch gerade nochmal eingesammelt lass mir nochmal nochmal einmal bitte zum feuer gehen gucken kochen guck mal was die trinken wollen, die verdurste hier kochen so, gekochtes fleisch haben wir jetzt oh, 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 oh schmeckt wie Rindfleisch, nur intensiver Hunger plus 100% schau an nicht schlecht ja, nicht schlecht ja, gut dann lasse ich jetzt mal hier den Bogen fallen den alten, oder was? ja du könntest warte mal ich könnte dir den ja trennen hast du Carbon-Code-Flügel? nein, ne? äh doch, ich habe Carbon-Code ja, Code-Flügel auf Carbon-Code ja, warte, dann gebe ich dir jetzt die Kabeltrommel dann fügst du das zusammen und dann hast du auch einen geilen Bogen und den anderen Ast schmeißt du einfach weg dann hast du ja Inventarplatz 2 Carbon-Langbogen Kölzer-Langbogen Kölzer-Langbogen fallen lassen schon nicht schlecht, ja ich klicke gerade mal alles durch, ob ich irgendwo noch was zusammenführen kann, was interessant ist dem ist dem ist aber nicht so hast du noch Federn? nein, du hast du die Federn nicht eingesammelt? doch doch ich hätte gerne noch mal ein paar Fehler gemacht, aber wer nicht ich ich wie wir hier durchgehen man dürfte es ja normalerweise gar nicht sagen, aber wir gehen hier durch wie bei Modern Warfare, die auf dem scheiß Flughafen ja ich hatte gerade so so ein Anfall oder so einen kleinen Flair in Richtung Ghostbusters ja 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 aber aber der coole lässige, langsame Gang und einfach ja dieser strahl, wo es gezielt wird halt so ein bisschen wie ein Photonen strahl da irgendwo nahe kommt die sich ja auf gar keinen Fall kreuzen dürfen bla 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 das ist was für Amateurs Cocktail Wir sind nur noch 20 Meter von dem Scheiß-Dingste. Ja ja, guck mal da oben, da stehen die ganzen Mutten drin. So, was haben wir hier? Heilpflanze, nichts. Weißt du was ich so ein bisschen vermisse? Ähm, mal ne Handgranate? Nein, ach komm! Die rennenden Handgranaten haben wir ja. Komm, die laufen hier rum. So, nachladen. Kann man da nicht auch von links kommen? Ne, kann man anscheinend nicht. Ne, kann man nicht, ne? Closed. Haben wir es jetzt geschafft oder? Ja, wollen wir mal gucken? Waaaah! War klar! Hier, Kalle wartet da oben am Stehen drauf. Das wäre so geil gewesen, das wäre wie jetzt gestorben, Alter. Das wäre der Epic Fail gewesen, schlecht gewesen. Ja, keiner Kallmund steht am Stehen und wartet auf uns. Wie von der Insel. Wie von der Insel. Wie von der Insel. Ach, X! Ne, warte, guck. Ja, guck an! Was ist das, wie fett ist? Vierhändiges Massaker Trophy, Junge. Hab ich auch gekriegt. Ja, wahrscheinlich, weil wir eine Coop-Sache zu Ende gemacht haben. Guck mal, ich denke mal. Tadaaa! Ge-ching! Ja, Männers, das war Herausforderung 1. Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt hier die... Neuling plus Genauigkeit 1. Oh, hm, C. Naja. Ja. Ach, guck mal, wie interessant. Wir haben uns, wir haben genauso lange gebraucht. Also, ne, du hast genauso lange gebraucht wie... Nein, hör auf! Hier Spielerpunkte wollte ich nochmal drauf aufmerksam machen. Ja. Ja, 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 ja. Wir haben ihn jetzt übernehmen. Ja, öfff. Ich bin bald.